Herzlich Willkommen zum PEGA Shopping, heute bei uns im Crossfit Pegasauce. Wir haben ganz neu bei uns im Crossfit Pegasauce. Wir freuen uns jetzt, mehrere Ausfall, ganz groß. Heute im Angebot, Rindfleisch Patty, Hähnchenbrust und nochmal Hähnchenbrust mit Chilisauce. Das ist super, es schmeckt gut, wir kommen Ihnen, holen Sie euch direkt bei uns im Office. Wir freuen uns und anschauen, was es wirklich gut ist. Knie setzen.